Das, was zusammengefügt wurde, kann rückgängig gemacht werden. Das Denken, welches das Bild von mir, dem Ich, erschaffen hat. Das Ich ist sein Bild und steht im Gegensatz zu Ihrem Bild. Bitte folgen Sie logisch, das ist so. Diese Sache hat also das Denken zusammengefügt. Und wenn das Denken aufhört, löst sich die zusammengefügte Sache natürlich auf. Kann ich also, bevor ich sterbe, während ich lebe, diese Sache auflösen? Vielen Dank.